Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge des Command-Conker-Alarmstupe Road Striders, Bryce, wo wir, äh... Viel Glück, Commander, und lassen Sie sich nicht überrollen. Jawohl. Neues Einsatzziel. Sind schon dabei. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Sind unterwegs. Wie Sie wissen? Wo genau soll der hin? Dahin? Wo werden wir gebraucht? Sind schon dabei. Stationieren Sie in der Chronozone. Einsatzziel erreicht. Und jetzt? Unser Verbündeter wird angegriffen. Diese Barbaren. Soll ich das Ding jetzt hier auch aufbauen, oder was? Ey, ich das jetzt hier aufbauen, was soll denn daraus werden? Hier wird es baulde. Mal gucken. Ey, ich check die müssen nicht. Eine Einheit wird angegriffen. Neue Bauoption. Unser Bauhof wird angegriffen. Reparatur läuft. Neues Einsatzziel erhalten. Gut, dann einmal Strom. Wird gebaut. Ja, das ist es. Und ich bin bei Ihnen, Commander. Sie können auf mich zählen, egal was zu tun ist, um diese schmutzigen Verräter zu erledigen. Eiei. Gut. Das war... Werfen wir die Sowjets von diesem Plateau. Unerwartet kritisch. Feindliche Ingenieure entdeckt. Unzureichende Mittel. Äh, warum kann ich das Ding nicht bauen? Okay. Was darf es sein? Gut, wir räumen hier auf. Was soll's? Was soll ich sonst machen, außer aufräumen? Eine Einheit wird angegriffen. Wer hat Zeit zu andeln? Na komm. Unzureichende Mittel. So, jetzt. So, das hier noch weg. Also anscheinend darf ich hier noch nicht bauen, solange wie ich noch die Insel aufräumen muss. Also alles cool, machen wir halt das. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Und die hier noch weg. So, damit sind alle außer der weg. So, das Plateau der Sowjets. Und jetzt darf ich bauen. Kommandant, Sie ruinierten meine Ehrenparade. Dafür mach ich mit allem, was ich habe, Hetzjagd auf Sie. Aber ich werde Ihnen die Genugtuung nicht gönnen, mich zu fassen. Ich werde an den einzigen Ort fliehen, der noch nicht korrumpiert wurde vom Kapitalismus. In den Weltraum. Ja, auf den Mond. Ich dachte's mir schon. Der Premier versucht zu fliehen. Er hat sich einfach in der Festung im Zentrum dieser Kanäle verschanzt. Lassen Sie ihn keinesfalls flüchten. Hier sind Credits. Heben Sie eine Armee aus und verhindern Sie den Start seines Shuttles. Unzureichende Mittel. Neues Einsatz zu erhalten. Feindliche Einheiten entdecken. So, Reparatur läuft. Okay, haben wir einen Timer. Startstelle Teilchen mit Eiserner Vorhänge 7. Ah ja, ich checke, was wir machen müssen. Alles klar. Gut. Ressourcen. Als allererstes Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Und danach entweder Luft oder wahrscheinlich beides. Mit Luft und Boden. Gut. Äh, 30 Minuten ist eigentlich viel Zeit. Ich befürchte aber, es wird trotzdem knapp werden. Aber egal. Feindliche Einheiten entdeckt. Bau abgeschlossen. Neue Bauoption wird gebaut. Äh, ist das hier was zum Einnehmen? Das nehmen wir dann gleich recht zügig ein. Äh, ja. Genau, das werden wir recht zügig einnehmen. So wie ihr es gewohnt seid. Und ich kümmere mich als allererstes um das Wichtigste und zwar Ressourcen. So, das, das. Ich kümmere mich jetzt um die westlichen eisernen Vorhänge. Feindliche Einheiten entdeckt. Mach mal. Bau abgeschlossen. So, das Teil dahin. Neue Bauoption. Äh, das. Hier. Das, das. Ist doch blöd, dass ich das jetzt an Ressourcen stemmen muss. Aber egal. Allzeit bereit. So, du nimmst das Teil ein. So, das Ding kommt hier hin. Das geht los. Okay. Strom ist alles Strom. Du schnappst dir das. Ah ja, klar ist der Strom aus. Geht so. Hier will ich eigentlich Multigunner und die hier nehmen. Er erobert. Genau. Ein Guardian-Panzer. Okay. Gut. Äh, dann haben wir jetzt schon mal fünf davon. Dorthin. Ähm. Strom. Dahin. Das. Es kommt gleich noch mehr Strom. Ich werde jetzt mal die Freigaben haben, damit ich die Guardian-Panzer bauen kann. IFV erwartet Befehle. Und danach kommt gleich der Rest. Und ich werde auch gleich noch er bauen und den Rest. Ich werde einfach alles bauen, so wie ihr es gewohnt seid. Aber, äh, als wichtigstes für mich ist, dass erstmal die Armee hier losgeht. Auch wenn ich theoretisch dort sagen könnte, ich baue nicht die, ich baue nur, ich belasse es bei den beiden. Aber nein, wir bauen alles. Aus dem einfachen Grund, dass ich nicht weiß, ob es vielleicht doch sinnvoll ist. So, um die Ressourcen habe ich mich gekümmert. Er meint, er kümmert sich hier drum. Ich lege dann hier los. Okay, gut. Vielleicht sollten wir sie einfach entkommen lassen. Befehle. Was haben wir hier? Äh. Commander, Sie dürfen ab sofort den Protonen-Kollider bauen. Der Einsatz dieser Waffe hätte für die sowjetischen Stützpunkte in dieser Region fatale Folgen. Präzisionsangriff bereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Ziel wählen. Da drauf. Und einfach schon, einfach schon zielstrebig die ersten Sachen versuchen. So, das ist jetzt das Höchste, was geht. Genau. Dann kommt jetzt noch der Seehafen dran. Da werde ich sehr wahrscheinlich nochmal Strom brauchen. Ach, ja. Guardian Panzer einsatzbereit. So, guck, ob der Seehafen hier unten irgendwo hinpasst. Bau abgeschlossen. Ja, er passt hier hin. Neue Bauoption. So, äh, das Teil. Nein, Strom. Unterbrochen. Bauarbeiten laufen. Abgebrochen. So, hier ist die Frage, ob ich mir wieder ein paar davon hinsetze. Ja, machen wir. Äh. Einfach, weil ich hoffe, dass das mir vielleicht so ein bisschen den Arsch später rettet. Also fünf. Nein, halt, stopp. Die falschen fünf. Fünf, fünf, fünf. Ähm, Strom. Nochmal Strom. Einfach, weil ich hoffe, dass ich damit vielleicht mit den, mit den, mit den, ähm. Flugzeugträgern vielleicht ein bisschen was regeln kann. Und nicht alles noch mit den Fahrzeugen hinkriegen muss. Das wäre, das wäre zumindest nicht schlecht. So. Strom dahin. Luftwaffenbasis. Es wird ressourcentechnisch eng, aber das kennen wir ja schon. Dafür ist er hier oben aber schon gut bei. Er ist halt auf R gegangen. Ist auch nicht dumm. Was dahin, das, das. Hier kommen diese Bomber hin. So, und jetzt müssen wir eigentlich nur noch auf Einheiten warten. Unzureichender Mittel. Präzisionsangriff bereit. Während wir die Ressourcen ausgehen. Ähm. Ziel wählen. Go, go. Eine Einheit wird angegriffen. So. Äh. Ja gut, und das Verteidigungsministerium muss ich noch bauen. Unzureichender Mittel. Aktuell kommen noch gut Ressourcen rein. Man kann auch hoffen, dass der hier oben dann auch die Echse hinstellt. Also, noch bin ich tatsächlich die kleinere Hilfe, wenn ich mir das hier angucke, aber... Neue Bauoption. Ja, mache ich mir jetzt noch nicht heiß deswegen. Äh, so neue Bauoptionen. Äh, interessant wäre was... Auch der hier vorher in der E-Strahl-Update-Zielgebiet eine verherrte Kettenreaktion auslöst. Den baue ich auch. Und noch einmal Strom. Einfach um ihn auch zu haben. Feindliche Einheiten entdecken. So, hier gehen wir nach unten. Zeitbombe. Versetzt dem Ziel einen heftigen Schlag. Zeitbombe bereit. Einheit verloren. Position wählen. Wir werden gerade angegriffen. Unzureichende Mittel. Dahin. Haben die geschafft. Ich will mir angucken, ob das Ding... So funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Okay, so halb. Was haben wir hier? Hier ist irgendeiner einfach durchgefahren. Kann man auch mal machen. Was können wir für Sie tun, Sir? Feindliche Einheiten entdeckt. Wie Sie wünschen, Sir. Eine Einheit wird angegriffen. Geht mal da drauf. So, das ist im Bau. Strom ist im Bau. Guardian-Panzer. Gut, gut. Es ist nicht gut, aber auch nicht schlecht. Es ist so, ja... Wie ist einsatzbereit? Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Sind unterwegs, Sir. So, wie man das gewohnt ist. Guardian-Panzer einflussbereit. So, das Ding bitte dahin. Noch einmal Strom dahin. Und nochmal Strom. Da ist jetzt die Frage, ob ich dann gleich noch ein bisschen Dev hier hinstelle oder ob ich's lasse. Das Einzige, was ich safe mache, ich werde weiter schön meine Ultis hier überall reindrücken. Ziel wählen. Bau abgeschlossen. Hier müsstest du mal irgendwann selber reagieren. Äh... Wie immer einsatzbereit. Guardian-Panzer ein... Ich würde mal einfach Just for Fun jetzt da hinfahren und gucken, ob wir das hinkriegen. Wie immer einsatzbereit. Können wir irgendwie helfen, Sir? Vielleicht schaffe ich's ja auch, die erste Ecke zu erobern und ein bisschen Strom mitzunehmen. Ein bisschen Ressourcen hier mitzunehmen. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Guardian-Panzer ist bereit. Sieht eher nicht so geil aus. Oder? Eigentlich... Eigentlich läuft's gut. Gut, dann das da weg. Das hier weg. So, wir schnappen uns mal. Macht der Ärger? Nichts nachlassen, Jungs! Äh, das Ding. Die Zeitbombe fliegt hier oben hin. Da, wo ich... Das größte Problem noch sehe. Und wir zerstören auch. Den hier. Die zerstörten sowjetischen Stützpunkte können als Ausgangsbasen genutzt werden. Ein einzelner Vorhang wurde zerstört. Die Aussage, die gerade gebracht wurde, ist auch mein Plan, dass wir hier zumindest eine Echse hinsetzen. Das heißt aber, ich brauche hier einmal einen Prospektor. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. So geht das. Ist geil. Das hier mit aufhören, mit sammeln, damit wir die Ressourcen mitnehmen können. So, ich habe ein bisschen Angst vor diesem Gebäude. Wir werden jetzt gleich noch sehen, warum. Jetzt zücken wir erstmal das. So können wir uns hier irgendwie auf Range hinstellen. Naja, das Ding geht nämlich gleich hoch. Zerstört auch wunderschön. Genau deswegen hatte ich Angst davor. So, zurück mit euch. Du. Noch dahin. Jetzt einfach noch nicht ein einziger Bomber fertig. Hier einfach weiter produzieren. Den da schnecken. Zeigen wir es ihm. Sehr schön. So, hier hin. Dass die einmal sich rappen, das ist der Plan. Das Ding da drauf, das hier oben hat er auch. Naja, ein bisschen Schaden gemacht. Gut, dass das hier noch nichts wird, ist ja klar, ne. Brauchen wir nicht drüber reden. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Mhm. Gut, theoretisch gesehen hätte die Echse hier schon ihre Möglichkeit. Aber die braucht dann definitiv Def. Und jetzt warten wir erstmal, dass die hier gereppt sind. So ein bisschen. Hier hätten wir den ersten Bomber. Feuer müssen die Echse hier machen. Äh. Soll ich mal gucken. Wenn das scheiße wird, dann kann ich nämlich gleich es lassen, weiter Bomber zu bauen. 90 Minuten. Es sieht jetzt nicht gut und nicht schlecht aus. Das ist so lala aktuell. So, ist das hier Anti-Air alles? Ja, ist leider alles Anti-Air, ne, gut. Dann brechen wir den Bau davon bitte einmal ab. Unterbrochen, abgebrochen. Der Störer ist einsatzbar. Ich richte den Protonen-Kollider auf diese Basis. Ja, mach. So, Deluxe-Zeit-Rombe. Sehr schön. Position wählen. Pflanzen war. Achso, ich sah aus mit dem Wut drauf. Dann da drauf bitte. Position wählen. Guardian-Panzer einsatzbereit. Was kommt da hin? Sehr schön. Das heißt, ich werde meinen Protonen-Kollider auch nach da oben klatschen. Ich glaube, das hier. Ja, okay. Also, wir werden definitiv den einzelnen Vorhang rechtzeitig wegbekommen. Das wird kein Problem werden. Äh, wenn, dann wird es nur ein Problem werden, äh, dann noch hier das zu regeln, falls ich das auch noch regeln muss. So, du. Da drauf. Eigentlich könnte ich auch meinen Protonen-Kollider eher hier unten hinschicken. Na, ich schicke ihn auch hier oben drauf. Schau drauf. Safety first. So. Hier das lübt einigermaßen. ISV erwartet Befehle. Ich würde gerne jetzt folgendes probieren. Können wir irgendwie helfen, Sir? Was können wir denn, Sir? Hier dahin. Du. Schöner Tag heute. Baust dich. Hier auf. Hier lauft dahin. Und ich probiere. Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Wird gebaut. Das hier zu halten. Ich warte kurz, sodass es da ist. Sehr schön, das da drauf. Können wir uns auch noch mal angucken. Die Zeit nehmen wir uns. Unzureichende Mittel. Ein eiserner Vorhang wurde zerstört. Sehr schön. Wie lautet Ihr Befehl? Wie lautet Ihr Befehl? Ihr dahin. Eine Einheit wird an der Krise bekommen. Hier haben wir das bekommen. Ich habe noch ein Aß im Ärmel für Sie, Kommandant. Wieso kommen Sie nicht ein bisschen näher an meinen Stützpunkt? Die machen gemütlich da drauf. Du bist auf dem Weg. Das ist im Bau. Sehr schön. General Krukovs Militärbasis ist jetzt online. General Krukov hat die Vakuumbomber. Sie wird zerstören Sie sie, bevor unsere Basis anvisiert. Ja, gerne, gerne. Habt ihr schon genug? ISV erwartet. Das hier läuft gerade ein bisschen scheißes Nett ausgedrückt. Äh, hier dahin. Warte. Bitte auch dahin. Ich muss gleich hier die DEV gleich haben. So, wo ist die Vakuumbombe? Die hat er hier da oben hingestellt. Okay, dann geht gleich erstmal alles da drauf. Ähm. Unzureichende Mittel. Okay. Präzisionsangriff bereit. Das ist unerwartet schlecht. Wo brennt's? Wo man das hier wegbekommt, so. Bau abgeschlossen. Ähm. Dann das so hin. Und hier einmal das. Unzureichende Mittel. So. Guardian Panzer einsatzbereit. Ja? Eine Einheit ist nicht gut. Können wir irgendwie helfen, so? Zerstörer ist einsatzbereit. 10-15 Minuten bis zum Start des Shuttles. Ich weiß. Ich weiß. Äh. Das. So. Ja, das hat wieder nicht geklappt. Das war so klar. Guardian Panzer einsatzbereit. Ich brauche hier DEV. Ich kann, dass mir es nicht erlauben, meine DEV an die Echse zu setzen. Habt ihr schon genug? Äh. Hier kommt das drauf. Unzureichende Mittel. Viel wählen. So geht das. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, ich krieg das nicht gedefft hier. Wir sind einfach einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Unzureichende Mittel. Zentrale Bitte melden. Hast du das weggeballert? Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Unser Bauruf wird angegriffen. Ich weiß. Ich habe nichts, was mir helfen kann. Boah, das ist knapp. Darauf los. Komm. Komm. Oh, ein Schuss hat gefehlt. Hier, sehr schön. Das. Okay. Das war unnötig knapp. So, die Zeitbombe muss gleich hier oben hin. Und unsere beiden Photonen-Collider müssen danach hin. Und eigentlich muss hier dann noch irgendwann mal noch mehr, was anderes hin. Teil schon im Legatruck. Ähm. Wir können das mal probieren. Landet. Ja, komm. Dort. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, aber wir probieren es einfach mal. Okay, die sind gar nicht erst angekommen. Das ist klar. Dahin. Äh, das. Dahin. Unzureichender Mittel wird gebaut. So, hier. Das weiter. Und dann sind erstmal die 20 Minuten rum. Gut. Wir werden nächste Folge uns dringend um das Ding hier kümmern müssen. Komm. Zeig mal die Explosion. Und dann müssen noch die Vorhänge weg. Das wird alles zeitlich ein bisschen eng. Oh, das war gut. Das ist zeitlich alles ein bisschen eng, aber wir kriegen das hin. Äh. Hoffe ich. Und wenn nicht, müssen wir das nochmal erneut probieren. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal so weit fürs Zuschauen. Wir gehen in die nächste Folge. Lasst doch einen Daumen nach oben da nicht. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß. Und dann können wir zum Schluss. Tschö. Tschö. Tschö.